Herzlich Willkommen zu einer anderen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, der zweite Teaser zur Season 4 kam raus und passend dazu gibt es jetzt auch wieder ein paar Neuerungen auf der Map. Das würde ich euch alles in diesem Video zeigen und wenn natürlich zu den ganzen weiteren Teasern, die jetzt noch folgen werden, auch keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Wir haben hier noch den Sonntag, Montag, Dienstag und den Mittwoch, wo wir über Teaser rauskommen können. Also insgesamt noch vier weitere Teaser und ich glaube in jedem Teaser werden wir dann auch immer weitere Skins erhalten können. Und es wird auch immer etwas auf der Fortnite-Map passieren. Also wie gesagt, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem werde ich heute Abend auch live auf Twitch sein und dort werden wir das Stream-Event zocken. Wahrscheinlich werde ich nicht direkt zu Beginn der ersten Runde online sein, aber wir werden auf jeden Fall die ganze zweite Runde zocken. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und lasst dort natürlich ein Follow da, um auch keine weiteren Streams mehr dort zu verpassen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die Studio bewerten und kommentieren könntet. Und dann beginnen wir mal direkt mit der Änderung auf der Map und dafür müssen wir einmal hier ganz, ganz stark in den Himmel schauen. Und zwar hier im Prinzip einmal genau senkrecht über Catty Corner. Wenn wir dort einmal reinzoomen, dann kann man es auch noch besser erkennen, denn dort finden wir tatsächlich wieder eine Riss im Himmel vor. Und da werden dann wahrscheinlich die ganzen Marvel-Skins in der nächsten Season reinkommen und vielleicht werden dann auch noch weitere Riffs auftauchen. Aber zur Zeit gibt es eigentlich erstmal nur den Riss, von dem zumindest der Ort bekannt ist. Und es werden dann wahrscheinlich solche sechs Runen irgendwo auftauchen. Wahrscheinlich hier dann auch logischerweise natürlich über Catty Corner, irgendwo hier in diesem Gebiet. Vielleicht hier auf den Bergen oder so werden die ganzen Skins dann runterkommen. Vielleicht sogar in so einem kleinen Live-Event und ansonsten eben halt auf jeden Fall im Trailer, wo wir das spätestens sehen können. Auf jeden Fall wird sich das dann wahrscheinlich die nächsten Tage weiterentwickeln. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch eine Erneuerung im Battle Pass-Menü. Der ist ja zur Zeit auch immer mehr in das normale Gameplay integriert. Dort gibt es ja auch mittlerweile nicht nur dieses Battle Pass-Overlay, sondern im Prinzip auch so eine richtige Lobby drin. Und hier finden wir jetzt einen Comic, nämlich der lädt allerdings zur Zeit nicht. Also vielleicht musst du das Game nochmal restarten oder so. Auf jeden Fall ist dort eben halt ein Comic von irgendeinem Marvel-Comic auf jeden Fall, den man sich dann anschauen kann. Da kann man dir so ganz leicht auf jeden Fall ein Vorschaubild sehen. Und es gibt natürlich auch auf Twitter wieder einen weiteren Teaser, den ich euch jetzt natürlich auch einmal zeigen kann. Und zwar ist es dieser Teaser eigentlich nichts wirklich Besonderes. Hier sehen wir eben die nächsten Skins. Ich glaube, das müsste Galactus eigentlich sein. Im letzten Teaser hatten wir ja, soweit ich weiß, Thor. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall Thor und Galactus schon mal, die als Skins reinkommen werden. Und in den nächsten Tagen werden wir wahrscheinlich immer mehr folgen. Und da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Hier sieht man zum Beispiel auch einmal so ein Bild von dem Comic, wie das Ganze dann aussieht. Und das sind eigentlich dann die ganzen Teaser, die heute dazu zusätzlich reinkommen sind. Die nächsten Teaser werden dann am Morgen um 16 Uhr wieder erscheinen. Dazu werde ich natürlich auch wieder ein Video machen. Also wie gesagt, wenn das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher auf dem Twitch-Kanal wieder oder morgen im Video. Und bis dahin, ciao.